Musik Ihr hört den einzigen Fachpodcast für kulturelle Uneignung. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe von Nummer 114 live aus dem Ikea-Tempelhof. Hallo! Wunderschönen guten Tag, Herr Mohart. Hallo, Herr Brun. Herzlich willkommen. Warum sind Sie hier? Ich bin hierher gekommen. Achso. Da kann man immer auch mal einen Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen zu Anycast 114 mit dem Namen How to be a Podcaster. Ja! Denn heute beginnt unsere vierteilige Serie über das Podcasting. Richtig. Und heute die erste Folge How to be a Podcaster. Und damit begrüßen wir alle recht herzlich hier beim Zuhören und fangen an mit so ein paar Hausmeisterei-Themen. Wie immer. Wie immer. Und wie in guter Laber-Podcast-Manier, Meter immer am Anfang, damit die Leute... Direkt abschalten. Richtig. So machen wir das auch. Wir haben aber Kapitelmarken, die könnt ihr nutzen und weiterklicken. Aber zuerst möchten wir euch nochmal bitten, hier schön wieder Apple Podcast bewerten. Ist wichtig. Panoptikum.io haben wir immer vergessen. Da haben wir, glaube ich, noch keine Bewertung. Oder? Ich weiß auch nicht, wer abseits vom Textilvergehen, oder beziehungsweise abseits von Daniel Rosbach, Panoptikum.io benutzt. Äh, doch. Aber das ist doch so, äh, doch hier, Dings doch auch. Bestimmt. Jedenfalls könnt ihr uns auch bei Spotify hören, weil Dennis uns da einfach irgendwann mal unabgesprochen angemeldet hat. Du kannst jederzeit einen Gesellschafterbeschluss anstrengen. Ja, du brauchst ja die Mehrheit. Ja. Das ist ein bisschen schwer durchzusetzen. Ja. Ich hätte da so eine... Herzlich willkommen. Ja, das könnt ihr alles tun. Bevor wir gleich über die Wahl reden, müssen wir uns noch bedanken bei Rainer. Also ich muss mich vor allem bedanken. Na, mumma, 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 mumma. Wieso? Wir fangen jetzt mal von vorne an. Also, du hast mich hier schon beim letzten Mal gezwungen, mich lautstark wehklagend zu machen, dass unsere Hörerin ja so ein undankbares Pack sein und schon seit mehreren Episoden... Das habe ich nicht gedacht. Das ist wirklich ein undankbares Pack, würde ich nie über unsere Hörerinnen sagen. Undankbar sind die nicht. Und du hast dich beschwert, dass wir keinen Eierkocher bekommen haben. Ja. Und du hast das auch wirklich jede Sendung jetzt angesprochen, seit gefühlt 300 Episoden. Ja. Und du hast immer wieder auf deinen Wunschschettel hingewiesen. Ja. Ich habe es doch auf meinen Wunschschettel gepackt. Warum macht ihr denn? Kauft ihr mir nichts? So Nidi war das nicht, aber in die Richtung ging es. Und dann kam letzte Folge, ein Kommentar. Was stand in diesem Kommentar? Laut den mir vorliegenden Aufzeichnungen müsste der Eierkocher aber schon am 13.9. angekommen sein. So. Oder so. Dann haben wir den Kommentierenden, Rainer. Rainer. Vielen Dank, Rainer. Angeschrieben und gefragt, was meinst du denn? Und dann hat er einen Screenshot gesendet. Und was ist das Problem gewesen, Renke? Ja, der ist zugestellt worden, aber halt nicht an uns. Sondern? An eine Person, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Warum? Weil die da wohnt, wo das Paket hingeschickt wurde. Warum wurde es da hingeschickt? Weil Amazon das da ausgeliefert hat. Die meinten, das wäre so korrekt. Aber woran lag das? Woher haben sie denn diese Adresse gehabt? Es könnte sein, dass noch eine alte Adresse von mir hinterlegt war in meiner Wischlist. Ja. Komm, Dennis. Ich bin vor... Das ist noch nicht mal vier Jahre her, dass ich umgezogen bin. Ich finde es sehr schön, dass du deine Wischlist noch bereinigt hast, aber sich nie auf die Adresse geguckt hast. Ich habe die jetzt übrigens nochmal angefasst. Da stehen jetzt ganz viele neue Sachen drauf. Und die kommen dann übrigens auch an meine Adresse. Und es geht schon echt günstig los. Man kann schon für fünf Euro Gutes tun. Dir Gutes tun. Uns auch. Dir auch. Was ist denn da dabei? Kannst du dich an diese Sherlock-Spiele erinnern? Ja. Die Karten, das war ganz gut, ne? Ah ja, stimmt. Ja, genau. Das kostet mich immer nur so fünf bis sieben Euro, die einzelnen Dinger. Und da sind auch ein paar von drauf. So. Dann bist du quasi in einen anderen Stadtteil gefahren. Genau. Und dann bin ich gestern, vorgestern, nach Gesundbrunnen gefahren. Ja. Und habe dort geklingelt. Erstmal musste ich einen Parkplatz finden. Das war gar nicht so leicht. Und dann ist auch noch überall Baustelle. Aber... Ich war ein Demokrat, fett mit Auto. Ich hatte gerade... Ich kam gerade von einer Unternehmung am Nachmittag, wo das Auto notwendig war. Und dann habe ich gedacht, dann fahre ich jetzt auch direkt damit weiter. So war das. Habe dann da geklingelt. Dann hat mir die Frau auch die Tür aufgemacht. Und dann habe ich erstmal ihre Wohnung gesucht, weil ich habe da im Vorderhaus gewohnt. Die wohnte aber nicht im Hinterhaus. Das heißt da auch nicht Hinterhaus. Das war ein Seitenflügel? Nein. Das heißt da aber nicht hinter... Seitenflügel ist ein Seitenflügel. Das heißt dort Quergebäude. Genau. Also bin ich natürlich erstmal... Ich habe gelesen, ach, Quergebäude, alles klar. Bin in den Seitenflügel gehuscht. Und dann gucke ich auf die Klingelstelle. Hä? Das wohnt hier doch gar nicht. Und dann habe ich es aber irgendwie... Weil dann gerade zufällig jemand aus der Tür kam und sagt, hier, ich suche Frau sowieso. Oder Herrn sowieso. Ja, nee. Hier nicht. Hier ist der Seitenflügel. Achso. Dann muss die da im Hinterhaus wohnen. Er hat auch Hinterhaus gesagt. Und dann bin ich dahin. Und ich sage, oh ja, Name gefunden. Geil. Klingel. Und dann ist das so... Offenbar ein Haushalt, in dem wird die Klingel. abgestellt. Nun hört man aber da drinnen eine Frau offensichtlich telefonieren. Ein kleines Kind ist auch da. All das konnte man im Flur hören. Ja. Und was macht man dann? Du hast lautstark geklopft. Anklopfen. Ja. Natürlich erstmal leise. Kurz warten. Ein bisschen lauter. Kurz warten. Auch mal zwischendurch so ein bisschen husten im Flur, damit die merkt, ach, da steht ja jemand oder so. Damit das auch vielleicht... Aber half nichts. So alte Männer im Räuspern. Bin ich nochmal... Nee, so... Und so ein bisschen Geschurre habe ich gemacht mit meinen Füßen. Hat aber nichts geholfen und dann bin ich wieder zur Tür, vorne habe geklingelt und dann habe ich gesagt, ja, hier, Paket. So, ja. Ich habe sie wieder vorne in den Sommer gedrückt. Ich so, nee, können Sie die Wohnstür aufmachen, Ihre Klingel geht nicht. Ja, okay. Und dann sagte sie zu mir, telefoniert mir, ach, siehst du denn das mit dem Paket? Ich so, das ist noch da? Ja. Ja, ich so, geil, vielen Dank. Und wollte schon ansetzen, ihr das zu erklären und dass es mir, wie ich, total nett ist und so. Und habe noch gesagt zu ihr, ja, ich habe hier mal gewohnt, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ja, ja, weiß ich. Und hat dann mehr oder weniger das Gespräch beendet. Sie war nicht ganz so unfreundlich wie ich gerade. Oder das wurde mir schon gesagt, hat sie, glaube ich, gesagt. Nicht weiß, sondern wurde mir schon gesagt. Und dann bin ich gegangen, weil sie telefoniert hat, sonst hätte ich ihr das gerne erklärt. Kam aber gar nicht dazu. Ich habe gedacht, weil das so nett war, hätte ich ihr vielleicht was mitbringen sollen, aber ich glaube, und da auf die Idee bin ich von Steffi gebracht worden, ich war nämlich im Textilvergehen. Ja. Ich glaube, ich schicke dir eine Karte. Ja. Weil das ist nämlich viel besser, als den Schokolade zu geben, vielleicht mögen die gar keine Schokolade oder so, aber wenn man denen eine kleine Karte schickt und vielen Dank und so, das war total lieb. Und das ist, dann freut die sich, glaube ich, wirklich. Okay. Jetzt natürlich der spannendste Teil ist, wie sind die Eier? Sind natürlich gestern Abend Eier mitgemacht worden? Ja. Ich war zufrieden. Okay. Dass du nur ich sagst, äh, ja. Lass mich kurz vorbeigehen. Wie ist denn so der, der, äh, die, deine eigene Gesellschaftsversammlung da, äh, der, die Begeisterung gewesen ist, wenn es weiter ein Küchengerät ist? Also, ähm, gab keine großen Jubelstürme. Gab auch keine großen Jubelstürme, weil es ein Eierkocher war. Ähm, das Design wurde aber gesagt, ja, nee, das sieht ganz gut aus. Okay. Das ist schon okay. Ich hab auch einen Platz für die gefunden. Ja. Und hab was anderes umgelagert. Das passt also in einen Schrank. Okay. Das geht. Gar kein Problem. Ja, ein Platz für alles. Aber das Produkt als solches wird als überflüssig bewertet. Was ich nicht finde. Was ich ja schon deutlich hier, deutlich gemacht hab. Und, äh, ja. Nee, jetzt hab ich einen Eierkocher. Vielen Dank, Rainer. Sehr gut. Sehr cool. Damit ist dieses leidige Thema beendet. Wir haben keine Weißware bekommen. Also, der ist ja weiß, ne? Wir reden von alten Kühlschränke, äh, hier, Trockner, Waschmaschinen. Bitte nicht. Oder noch so, es gibt auch noch so, von ganz früher, hatten wir auch, hatten wir auch im Badezimmer stehen. Bitte nicht. Früher hatten wir noch im Badezimmer, ähm, äh, so eine, ein Standschleudergerät. Ein Standschleudergerät. Das hat einfach nur geschleudert, das Wasser quasi rausgeschleudert aus den Dingern. Okay, von der Firma Flak, oder was? Nee, weiß ich nicht mehr, gibt's nicht mehr, aber das gab's noch. Also, wenn man so Sachen per Hand gewaschen hat mal, ja, was meine Oma durchaus so häufig gemacht hat, dann wurde das da reingetan und dann hat man da das schleudern lassen und dann konnte man da so einen Eimer vorstellen, das Wasser da reingelaufen. Okay. Sowas nehmen wir auch, wollte ich sagen. Adresse steht hier mit dem Presse. Und dann verkaufen wir das. Ich glaube, dass der Handel mit alter Weißware nicht von unserer Gewerbemannmeldung gedeckt ist. Außerdem ist es ganz klar ein Andexgeschäft. Ja, okay. Das läuft unter dem, unter dem dritten hier, Kunstausstellung. Kunstausstellung, ja. So. Ey, übrigens, ne, wir sollten nachdenken, ähm, ein Dings zu machen, das hier tatsächlich, also ne, ne, hier, ähm, Kapitalgesellschaft, äh, zu gründen. Ja. Um ins Handelsregister zu kommen. Denn dann kriegt man nämlich, hab ich jetzt gelernt, einfach so, mal so Produkte zugeschickt. So Kugelschreiber und so, und Bleistifte. So, als, als Kaltakquise. Wir können auch die GbR eintragen. Ja. Oh, HG. Ja, ja, gut, na, gut, aber dann, ja, na, das, ja, okay, hm, komm, stimmt, stimmt. Hm. Überlegen wir mal, ob sich das lohnt. Aber dann gibt's halt ab und zu Stifte, so als Kaltakquise. Hier, kaufen Sie, von denen können Sie 5.000 kaufen, wenn Sie wollen. Aber ich will ja nur den einen umsonst, verstehst du? Okay. Was? Ich verstehe deine Abneigung gegen, äh, gegen umsonste Sachen, nicht? Ne, 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 ich, äh, habe Abneigung gegen, äh, so, so Spam, weil du kriegst dann automatisch auch so einfach so, wenn sie nicht sich sofort melden, dann 3.000 Euro Strafe, weil hier Fake-Handelsregister, bla. Das ist einfach, öffnet dir einfach nur einen Flatt an Müll. Ja, und das ist, glaube ich, das gilt auch hier unter bestimmten, äh, Umständen schweigen als Zustimmung und so, ne? Da muss man sich echt kümmern um die Scheiße. Ach Gott. Ne, komm, lass gut sein. Kommen wir uns zum Hauptthema dieser Sendung? Wir haben nur eins. Wir haben nur eins. Wir haben nur eins. Es war Bundestagswahl. Genau, es war Wahl. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat, äh, Armin Laschet auf der Wahlparty einer Frau Weißwein ins Gesicht gespuckt und, äh, macht jetzt TV-Pause? Ja, so in etwa. Ja. So in etwa. Ja. Nee, äh, äh, um, äh, um, äh, das, äh, zusammenzufassen. Ich verstehe die Wähler nicht. Absolut nicht. Bin auch wahnsinnig enttäuscht. Warum hat die CDU so viele Prozente am Ende noch gehabt? Ja, ein guter, gute Punchlein. Gebe ich, applaudiere ich ein wenig. Ähm. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das war doch so, wie erwartet eigentlich. Halt ein bisschen knapper am Ende. Ähm. Deshalb finde ich auch, habe ich meine, meine Stimme, äh, ordentlich eingesetzt. Du, äh, willst du verraten, was du gewählt hast? Nee. Okay. Ähm. Ähm, ja, das, äh, haben wir das Ergebnis einfach mal vorliegen? Das wäre doch mal praktisch. Haben wir das Ergebnis vorliegen? Jetzt kommt gleich jemand aus der Redaktion angerannt, mit so einem Ausdruck. Sekunde. Ich gehe mal kurz auf tageshow.de. Hier, äh, bisschen, uh, die Bundestagswahl. Nee, ist schon vorbei. So, da. Yesterday's News. Dann, äh, also 41, ja stopp mal, Moment mal. Wir kommen jetzt ja zu dem Segment. Richtig? Äh, die große Anycast-Prognose in der Hose. Auswertung. So. Fangen wir an mit der CDU? Nee, wir fangen an, wie es hier in der Vorbereitung steht. Wie, was steht's denn da? Da steht, wir haben beide die stärkste Kraft getippt. Ach so. Ja, und beide recht behalten mit SPD. Richtig, das stimmt. Die SPD ist die stärkste Kraft. Hm. Dann, jetzt kommt Prozente. Welche Partei fangen wir an? SPD. SPD. Also, SPD hat 25,7 Prozent. Dennis sagt 26,0. Ja. Henke sagt 26,1. Da bin ich näher dran. Das stimmt. So. Die CDU hat 24,1 erlangt. Dennis sagt 24,0. Henke sagt 23,6. Da bist du näher dran. Dann, welche Partei? Die Grünen. Die Grünen 14,8. Dennis sagt 16,0. Und Dennis, äh, und Henke 15,4. Da bist du näher dran. Bin ich näher dran. Trotzdem sehr, also sehr krasses, äh, niedriges Ergebnis. Ja. Nächste Partei? FDP? Äh, 11,5. Dennis sagt 9,5. Renke sagt 13,2. Da bin ich ein bisschen näher dran. Das stimmt. Dann? Äh, die Linke? Äh, 9,4, sorry, 4,9. Dennis sagt 6,5. Renke sagt 6,8. Und die Schlumpfpartei? Dennis sagt 11,0. Renke 11,2. 10,3 war die, dass ich hier gebe. Ich glaube, insgesamt hast du gewonnen. Ja, aber das ist, äh, hat sich ja an den, an den Umfragen ja orientiert alles. Ähm, es gibt nur irgendwie so zwei Überraschungen. Halt das Ergebnis der Linken, das doch so schlecht war am Ende. Mhm. Obwohl ich tatsächlich, äh, alle meine Stimmen der Linken gegeben habe. Und allen Bauchschmerzen, die ich so hatte. Ja, aber vielleicht haben sie die weiter verteilt. Das kann gut sein. Meinst du, das ist so ein Stimmenimport-Export? Die wurden mal Zahn, haben die so in der Geschäftsstelle. Stimmen an und Verkauf. Gesine Lötz. Verkauft Stimmen. Scheiß unter Wert. Mist. Ähm, ja, und, äh, ja, die CDU. Das, das Ding ist ja, was mich am meisten wundert, war ja dieses ominöse Erststimmergebnis, was irgendwie, mehr oder weniger die FDP und die Grünen sich die Erststimmer, Erststimmen, äh, sorry, die Erstwählerinnen aufgeteilt haben. Ja. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Erkläransätze. Ich glaube, so die Mischung ist, ähm, aus, das ganze Zeit, ich hab das jetzt, ich hab jetzt so TikToks noch nachgeguckt mit, äh, Ding, mit hier, mit Lindner. Und der sagt immer, ja, alle stimmen für die Freiheit. Und die ganze Zeit ist das Wort Freiheit. Freiheit, 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 Freiheit. Äh, äh, und halt, äh, so ein bisschen Influencer, Twitch, YouTube-Streamer. Ja. So neureiche. Neureiche. Neureiche Schnöselkinder mit, äh, mit großer, äh, mit großer Reichweite. Ja, also, also scheinbar, ja, also entweder warst du halt, hast du also einen Wunsch nach einem effektiven Klimaschutz und dann haben die die Grünen gewählt und die andere Hälfte hat gesagt so, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber bitte weiter mit Verbrenner und keine Steuern hoch. Und dann haben sie FDP gewählt. Ja, genau. Genau, ich bin übrigens auch nach Madeira ausgewandert. Ja. Äh, oder Dubai. Was mich ja einfach am Ende wundert ist, warum glauben die Leute, also die FDP wäre noch so allgemein, das sind ja, das sind ja, die profitieren ja nicht von deren Politik. Ja. Die profitieren ja nur unter dem, unter der Prämisse, dass sie ja mal vielleicht so in zehn Jahren richtig viel Geld haben könnten oder im Lotto gewonnen haben. Ja, okay, also, ich glaube, muss man trennen. Wollen wir differenzieren? Sind wir heute in Differenzierlaune? Probier mal. Probier mal. Ich glaube, man muss trennen von so gesellschaftspolitischen Fragen und wirtschaftlichen. Okay. So. Und ich glaube, bei gesellschaftspolitischen Fragen kann das schon durchaus sein, dass auch die Leute, die die FDP wählen und kein hohes Einkommen haben, auch von der Politik der FDP profitieren können. Aber wirtschaftlich stimmen die halt gegen ihre eigenen Interessen, meistens. Das liegt aber daran, dass die Leute sich grundsätzlich für reicher halten, als sie sind. Ist immer schon so. Und grundsätzlich ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigene Zukunft überschätzen. Und vor allem überschätzen, wie viele Steuern sie zahlen. Das stimmt. Das stimmt. Das ist erschreckend wenig, wie man zahlt. Es ist wirklich erschreckend wenig. Also macht euch mal den Scherz und rechnet mal aus, was ihr an Steuern gezahlt habt und berechnet das nicht auf, macht nicht zu versteuerndes Einkommen und dann Steuerzahl, sondern das wirkliche Brutto, das ihr hattet. Denn vieles müsst ihr ja gar nicht versteuern. Das fällt ja weg. Und rechnet euch davon dann mal die Quote aus, was ihr tatsächlich bezahlen müsst. Das ist nicht so viel. Und da ist Spitzensteuersatz 42 Prozent. Ich kenne keinen, der den zahlt. Ich wüsste irgendwas nicht. Ab wann hat man den denn? Ziemlich hoch. Ja. Guck mal jetzt nach. Ja. Ziemlich hoch. Also es müssten 80.000 Euro sein oder so, Single, 90.000, obwohl Dennis, ich glaube, Dennis zahlt Spitzensteuersatz. Ich überlege gerade, ob ich den zahle. Aber dann zahle ich ihn natürlich auch nur für die Einkommen über dieser Grenze. Nein, was? Echt? Das sind Grenzsteuersätze? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Richtig schlimm. Ja. Also da kann ich berichten aus dem... Oh, siehst du, ab für Singles, dieses Jahr, also 21, ist er bei 57.919 Euro. Den zahle ich definitiv. Okay. So viel kann ich angeben. Was kannst du überlegen? Sag ich nicht. So. Aber ja, den zahle ich dann halt nur über den Teil da drüber. Das heißt, ich profitiere ja auch. Und mein... Das ist halt einfach... Von den Leuten... Schwierig. Aber das sind halt so Kiddies, die meistens ja noch irgendwie noch gar nicht so richtig verdienen. Aber das war schon immer so. Das war schon immer so. Und vielleicht sind die jetzt tatsächlich so durch diese ganzen Influencer so ein bisschen geblendet. Aber ich glaube, das Ding ist halt... Das hat sich doch in ein paar Jahren auch totgefahren. Also das wird es halt irgendwie noch geben. Aber ich meine, guck dir mal den Hip-Hop an. Ja, ist ja so. Ja. Selbst da kommen die Leute langsam zur Besinnung. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber das Problem ist halt nur dummerweise, dass die FDP jetzt der Teil der nächsten Regierung sein wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Also es gibt prinzipiell nur drei Koalitionsmöglichkeiten gerade. Das ist Schwampel, Ampel und Große Koalition unter Führung der SPD. Diese Länder bezeichnen... Nee, das verstehe ich gar nicht. Für eine Große Koalition müsste doch Armin Laschet führen. Für dich liegt das doch auf der Hand. Der hat doch einen Regierungsauftrag bekommen. So wie Gerd Schröder. Einen Regierungsauftrag bekommen. Wie Gerd Schröder 2005. Ja. Da sieht man einfach nur, das ist das gleiche Psychophänomen gewesen, nur mit weniger Bier. Richtig. Ja. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, deswegen, die FDP wird Teil der nächsten Regierung sein und die wird natürlich da versuchen, diesen Pfad weiter fortzusetzen und das sind halt schon jetzt diese roten Linien, die da gezogen werden, keine Steuererhöhungen. Nein, das wird nicht funktionieren. Also die FDP kann, muss von diesem Punkt abrücken in irgendeiner Form. Also muss der FDP eine Brücke bauen, damit sie von diesem Punkt gesichtswahrend abrücken kann. Und vermutlich wird das dann so sein nach dem Motto, naja, wir verschieben mal, wann der Spitzensteuersatz beginnt, machen vielleicht an der Kurve ein bisschen was, erhöhen vielleicht doch den Spitzensteuersatz, aber halt vielleicht durch so einen Zuschlag. Nee, ich glaube, der wird erhöht. Also man nimmt den Soli weg und baut das in den neuen Tarif mit ein, aber der beginnt dann erst später. Genau. Das wäre der klassische Kompromiss, den man machen könnte. Und sowas. Aber weil sonst habe ich eigentlich keinen Bock, vier Jahre lang, dass Christian Lindner versucht, eine obskure Steuerpolitik zu fahren, damit er in vier Jahren wiedergewählt wird oder genug Stimmen wieder einsammelt. Weil die Leute natürlich zu Recht enttäuscht sein werden, weil das, was die FDP verspricht, nicht so kommen wird. Du, ich merke schon, du kriegst schlechte Laune. Nee, ich krieg nicht schlechte Laune. Ich bin tatsächlich einfach nur von der Erzählweise der FDP genervt tatsächlich. Also es ist halt einfach unehrlich, finde ich. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild, damit es dir besser geht. Gott. Was kommt denn jetzt wieder? Es kommt nix, weil es iMessage. Oh Gott, das ist ein Boomer-Meme. Und es ist so verpixelt. Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Besonders spannend, was ich jetzt finde, ist ja, oder eigentlich zu Recht, was sie gemacht haben, ist, denn die Grünen und FDP haben ja vorsondiert. Ja. Also wir haben quasi Vorsondierung, Sondierung, Koalitionsverhandlungen mittlerweile. Und eigentlich war der Wunsch ja, dass von der FDP und auch von der Union, dass quasi Grüne und FDP erst mit der Union sofort sondiert wird. Und das ist ja scheinbar jetzt ins Wasser gefallen, weil Markus Söder Besseres zu tun hat. Hast du das mitbekommen? Ja, nur so halb. Also er hat irgendwie gesagt, nee, er sieht auch nicht so richtig, dass die Union einen Regierungsauftrag hat. Ja. Also die FDP wollte mit der Union Freitag sondieren. Ja. Freitagabend. Da hat Söder gesagt so, nee, geht nicht, hat Edmund Stoiber 80. Geburtstag. Dann. Echt? Samstag. Das habe ich nicht mitbekommen. Samstag. Samstag dann. Dann haben sie sich auf Samstag committed. Und das ist auch das, was auf quasi geleakt ist vor einem Tag oder zwei Tagen. Dann hieß es so, nee, Markus Söder kann nicht, weil da ist ja Basiskongress der CSU. Okay. Und FDP und CDU sind davon ausgedrückt, dass das absagen wird in der Faktik. Nö, 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 bloß nicht. Deswegen werden sie jetzt Sonntagabend verhandeln nach der SPD. Das heißt, die SPD ist als erstes dran. Okay. Nee, das habe ich so, habe ich das tatsächlich nicht mitbekommen. Aber das klingt sehr spannend. Ja. Ja, keine Ahnung. Meine Spekulation ist, dass man irgendwie, dass zumindest die FDP und Grüne in gesellschaftspolitischen Fragen verständigt haben. Ich glaube, das ist auch einfach für die beiden. Sei es jetzt Drogenpolitik, sei es Gesellschaftspolitik, Bürgerinnenrechte, da sind die Schnittmengen zwischen beiden sehr hoch. Klimaschutz, keine Ahnung. Ich glaube, die FDP wird irgendein CO2-Budget akzeptieren. Das steht ja mehr in ihrem Wahlprogramm. Das ist einfach nur die Höhe spannend. Und die krassen Punkte werden in diesen Koalitionsverhandlungen vor allem Sozial- und Finanzpolitik sein. Und da bin ich mal gespannt, was die Grünen da am Tisch bringen, weil so stark waren sie ja nie da drin in dem Punkt. Sie haben zwar Konzepte, aber ... Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Union noch eine gute Chance hat, weil die wahnsinnig billig zu holen sein werden. Nur die spannende, das ist mir auch, also Armin Laschet wird wahrscheinlich ... Also, welche Inhalte? Die Union hat ja keine Inhalte. Macht das Armin Laschet überhaupt die Verhandlung? Ja, also noch darf er. Aber der ist ja schon Abschied auf Rate. Er ist jetzt NRW rausgekriegelt worden. Da ist ja scheinbar jetzt ein Nachfolger bestimmt worden. Verkehrsminister Wüst, Juist, Must. Kennt keiner. Soll aber Nachfolger ... Habe ich das nicht gesagt, dass er in NRW zurücktritt, aber nicht als Bundesvorsitzender der CDU? War das nicht meine Vorhersage? Das kann gut sein tatsächlich. Ich bin davon, ich bin von einem schlimmeren Ergebnis ausgegangen. Ich finde es übrigens erstaunlich, wie er sich da rauslaviert hat. Wie sie einfach den nicht abgesägt haben. Das ist echt krass. Aber das ist seine einzige Fähigkeit. Das stimmt. Das kann er. Durchhalten. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Armin Laschet einfach alle Inlande verkauft für den Machtanspruch. Nur kann man halt nur FDP und CDU, sorry, FDP und Grünen sagen, ja, die SPD hat auch viel in diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt. Umsetzen konnten sie trotzdem davon nicht viel, weil die Unionsfraktion auf Koalitionsvereinbarungen feuchten Kehrig gibt. Das stimmt in der Tat. Und die können das gerne machen und dann werden sie feststellen, dass sie vielleicht in den Koalitionsvertragungen viel durchgesetzt haben. Die werden aber davon nichts auf die Straße bringen. Weil die Unionsfraktion, da sitzen Leute, die sind korrupt und die haben nur ihren eigenen Machtanspruch im Kopf. Das wäre natürlich noch der größte Witz. Wenn die eine Schwampel machen und dann nach zwei Jahren implodiert das Ding und die Union schreit Neuwahlen, Neuwahlen, aber es gibt dann einfach eine Ampel und die Union schreit die ganze Zeit Neuwahlen, Neuwahlen und wird noch kindischer und du kannst noch mehr diese Trump… Das fängt doch jetzt schon an. Kennst du diesen Sicherheitsberater, diesen hier aus dem Zukunftsteam, diesen Sicherheitsforscher auf Twitter? Nee. Der wurde als erstes vorgestellt im Zukunftsteam als hier Sicherheitsterrorismusforscher und hier der Innenexperte und der von Laschet und der ist Trump-esk auf Twitter mittlerweile unterwegs. Ich habe jetzt auch geschrieben, es war ein Tweet so, wo irgendeiner analysiert hat, wie die SPD halt Amins Fehltritte sehr gut ausnutzen konnte und meinte so, ja, damit wurde ja das Vertrauen zerstört und dann darf die SPD nicht wohl an, wenn wir damit auch jetzt anfangen. Und dann fangen die Anruktionen an, dass gar nicht Amin Laschet das Problem war, sondern das Ausnutzen von Amins Laschens Fehltritten das Problem war und dann können wir das ja auch machen. Das heißt, die fangen jetzt langsam an. Die Ost-CDU ist so komplett am Rad drehen. Da ist ja, der Ost-Beauftragte ist ja vor die Tür geworfen worden. Hier, Wanderwitz, Wunderwitz, irgendwas in der Richtung. Verlinken wir an der Stelle. Weil der gesagt hat, dass es im Osten Nazis gibt. Ja. Und der Kretschmann hat schon angekündigt, da muss die CDU konservativer werden. Wie soll denn die sächsische CDU noch konservativer werden? Echt? Also sorry. Also ja klar, also ich werde, was wir jetzt sehen werden, ist tatsächlich eine Tramprisierung der Union. Und ich frage mich, ob die CSU da mitmacht, weil ich glaube, die hat darauf keinen Bock. Also es wirkt jetzt ein bisschen bisher nicht so. Aber die Ost-CDU wird, also wir werden die Ost-CDU, deswegen ist die CDU, wird uns deswegen noch mehr über Gendern zu sprechen. Da werden noch mehr irgendwelche Kulturkampfthemen ausgepackt. Ernsthaft, wir werden nächstes Jahr ein War on Christmas haben. Dieses Jahr meinst du? Na, dieses Jahr noch nicht so hart, aber es wird nächstes Jahr dann losgehen. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich echt keinen Bock. Schöne Facebook-Seite übrigens, sehr zu empfehlen. The People's War on Christmas. Und ich frage mich, wie kommt denn die CDU auf diesen Entschluss? Weil sie hat ja mit so einem harten Rechtskurs ja nichts gewonnen, denn Marston ist ja nicht drin. Ja. Ja, keine Ahnung. Und die FDP ist stärkste Kraft in Sachsen. Ja, keine Ahnung. Die FDP? Sorry, die AfD. Ja, keine Ahnung. Ich verwechsel die immer. Keine Ahnung. Ja, ich frage mich echt, ich frage mich so ein bisschen, was das werden soll. Ich meine, Marston hätte die Brücke halt sehr leicht und gut schlagen können. Ja. Wir sind auch hier nicht los, der wird nicht verschwinden. Nee, natürlich nicht. Warum denn auch? Was ist eigentlich mit Friedrich Merz? Der ist drin, wa? Der hält überraschenderweise gerade seine Füße sehr still. Der möchte gerne Finanzminister werden. Wen hättest du lieber als Finanzminister? Friedrich Merz oder Christian Lindner? Robert Habeck. Das ist die einzig korrekte Antwort, die man geben kann an der Stelle, glaube ich. Nee, Posten, keine Ahnung. Da werden sie noch austoben. Also ich bin ein bisschen schade, dass die Grünen scheinbar Anna-Linda Baerbock mehr oder weniger auch schon direkt abgesägt haben. Oder sie sich absägen lassen hat. Ach, aber ja. Nee, Koalitionsverhandlungen, keine Ahnung. Die werden Soldierungen sehen. Schwampel ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nochmal ein Thema sein wird. Ich glaube aber, dass es trotzdem sehr schnell gehen wird. Es wird nicht solche Sachen sein wie 2017. Ja, glaube ich auch. Es wird relativ zügig gehen alles jetzt. Glaube ich auch. Ich bin interessiert. Also, sorry, da haben alle Parteien dann Interesse. Armin Laschet möchte das schnell geklärt haben. Weil je mehr Tage vergehen, desto mehr alle ganzen gegen ihn bilden sich. Für die FDP und die Grünen gibt es auch nichts zu gewinnen, wenn die Zeit schinden. Die einzigen, die es vielleicht, weiß ich nicht, aussitzen können, ist halt die SPD. Weil die hat jetzt nicht den Zeitdruck. In der Partei Rumortis weder noch, weder nicht. Es ist ja gewonnen. Also es ist tatsächlich, da ist es einfach nur das Gewinnen des Kurses. Also als Erster drin sein, ein bisschen vorsondieren. Es gibt, glaube ich, sehr interessant finde ich auch, die Linie, die ja vorgegeben ist von Olaf Scholz, ist Füße stillhalten und keine Leute anscheißen, keine roten Linien und so. Das ist nun beim Mütze noch nicht angekommen, das Memo. Wieso? Ach, der stellt sich halt vor die Kameras und hat dann wieder so, ja, FDP oder Grünen sollten noch mal besser aufpassen und bla und fuhr. Sind immer noch die kleineren Parteien. Und das ist ja der Junge, halt die Fresse einfach. Ja, man hat doch recht. Natürlich hat er recht, aber Olaf Scholz hat ja nicht ohne Grund diese Kellner-Koch-Metapher abgeräumt am Wahlabend. Damit halt das nicht kommt, dass die SPD nicht überheblich wird. Ja, nee, nee, das ist schon klar, aber man muss halt, ich finde, man muss schon herausstellen dürfen, dass man da stärkste Kraft hat. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wird das, diese keine roten Linien, wird das in den Koalitionsverhandlungen wirklich durchzusetzen sein? Ja, denn die SPD-Fraktion besteht jetzt, glaube ich, da hat jetzt, glaube ich, 40 Mitglieder im Juso-Alter. Oh, viel besser. Ich habe es bei Markus Lanz gesehen, der Robin Alexander hat davon gesprochen, wie war sein Satz? Der Kühnert hat jetzt eine Sperrminorität, weil es ja Jusos sind. Oh Gott, Robin Alexander. Und ich sehe es mir so, ja, nein, definitiv nicht. Und auch die Bild-Zeitung versucht gerade auf den Weg zu schwimmen. Ja, ja, klar. Nee, aber es sind halt schon viele, und das sind halt auch viele, die vorher nicht im Parlament waren, das sind auch viele, die nicht so krass eingebunden waren. Aber die Bundestagsfraktion war prinzipiell immer strukturell Linker, nur deren Führung nicht. Also es waren immer strukturell, also es waren mehr Linke in der Fraktion, selbst aber nur diejenigen auf die Ketten bekommen. Ja, das ist richtig. Das muss also nichts heißen am Ende. Ja, aber trotzdem sind die halt, ich sag mal, die sind halt so durchs Juso-Debatten-Stahlbad gegangen. Ich glaube, da werden dann auch Sachen in Zukunft ein bisschen mehr ausdiskutiert als früher. Und ich halte das generell, man hat ja eigentlich fast überall so eine ziemliche Parlamentsverjüngung, außer vielleicht bei Union und AfD. Ich glaube, das ist sehr gut. Ja, sehr gut. Ich glaube, das wird der politischen Kultur sehr gut tun. Und rote Linien bei der SPD gibt es klar, also zwölf Euro Mindestlohn, aber da werden andere Parteien nicht drüber diskutieren, das wird akzeptiert. Nee, keine roten Linien, ich glaube, das bezieht sich auch auf den Mindestlohn, da wird man halt schauen müssen. Das ist halt auch eine Forderung der Grünen. Nur lustigerweise hat die FDP, was hat Lindner denn noch letztens gesagt? Das war so verräterisch. Ich glaube, du hast es mal erwähnt, dass... Ich kriege es nicht mehr zusammen. Also, er hat das auch nicht mehr ganz ausgeschlossen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie sich darauf sogar einlassen und dass irgendwie die Kröte irgendwie schlucken für andere Sachen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin auch echt gespannt, was in dem Koalitionsvertrag drinstehen wird. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dieses Mal gar nicht so einen komplett krass ausformulierten Koalitionsvertrag haben wird. Kann auch sein. Also, dass man tatsächlich vielleicht ein, zwei Leuchtturmprojekte macht. Ja, das kann auch sein. Und dann den Rest halt aus Erkenntnis, dass so ein Papier nach dreieinhalb Jahren nicht mehr viel wert ist, vielleicht andere Formate dafür erfindet. Gerade weil es eine Dreierkoalition ist. Oh Gott. Was? Jetzt kommen FDP und Grüne. Und dann gibt es, hast du so einen... Hast du so einen Knopf? Nee, habe ich nicht. Dann gibt es den agilen Koalitionsvertrag. Oh Gott. Nein, also sorry. Und dann richtet natürlich die SPD-Bundestagsfraktion den Arbeitskreis agiler Koalitionsvertrag ein. Ja. Der tagt dann immer dienstags von 17 bis 19 Uhr während der Sitzungswochen. Ja, nee, aber im Ernst, dieser Koalitionsvertrag... Sprecher des SPD-Arbeitskreises agiler Koalitionsvertrag. Wie soll das sein? Weiß ich nicht. Lars Klingbeil. Ja. Nee, Lars Klingbeil hat genug zu tun. Wer macht denn das dann? Der fimmste Mann... Ralf Stegner. Ralf Stegner, richtig. Ralf Stegner. Ha! Nee, also der Koalitionsausschuss hat ja eh schon eine höhere Bedeutung mittlerweile in den letzten Jahren bekommen. Und ich denke mal, das wird erst auf so einer Ebene tatsächlich funktionieren. Ja, das kann gut sein. Also ich finde, vor allem, also sorry, das andere Problem ist, dass du haben wirst, auf der SPD-Seite hast du ja nicht eine Person, du hast ja prinzipiell vier Personen. Du hast den Kanzler mit Olaf Scholz, du hast den Fraktionsvorsitzenden mit Ralf Mützenich und du hast die zwei Parteivorsitzenden und das wird dann in so einem Format laufen. Das selbe Problem ist ja auch bei den Grünen, da hast du ja auch eine Zweierspitze und bei der FDP, keine Ahnung. Ja. Daher, wenn wir... Da kann ich mir auch gut... Ich fände es auch übrigens gut, ich fände es gut, weil ich, also der letzte Koalitionsvertrag, wie viele Seiten hat der? Keine Ahnung, es sind mehr als 100 auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Das ist einfach zu viel. Ja, Vertrag, ich gucke mal gerade kurz, SPD, CDU, der hatte... Auf der Seite der Bundesregierung. Ja, ja. Das ist doch mit der Bundesregierung nichts... Ach doch, dann muss man hier auf die... Da, nee. Ist das noch verlinkt? Oh ja, oh Gott, dieses Foto. Oh Gott. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das hat sehr gut funktioniert. Hast du... So, 8 MB. Es sind 175 Seiten. Ja, das ist halt einfach zu viel. Ja. Das ist wirklich zu viel. Es knistert wieder. Willst du vielleicht, wenn, solange du auf das Ding guckst und wartest, bis es aufhört zu knistern, mal davon erzählen, wie das dein Abendessen gestern mit Andreas Scheuer war? So. Sekunde. Das schneidest du jetzt schon wieder? Nee, ich muss in die Kapitelmark setzen. Achso, okay. Mein Abendessen, ähm, ja, das war ganz lustig. Hat er sich noch zu dir an den Tisch gesetzt? Nein. Hast du dich zu ihm an den Tisch gesetzt? Nein. Warum nicht? Nein. Hast du ein Autogramm geholt? Nein. Hast du ein Selfie gemacht? Nein. Warum nicht? Also, ich war am... Nee, du sollst es nicht. Ich glaube, das hast du doch für einen anderen Podcast, äh, oder nicht? Das Abendessen lasse ich da raus. Okay, gut. Das Abendessen können wir hier gerne erzählen. Ähm, das erscheint nächste Woche in den Bahnhelden, ähm, der, die Folge zum Connect Europe Express ist so ein europäisches Ding, fuhren Zug durch Europa, der fuhr dann auch Mittwoch von Frankfurt nach Berlin. Achso, wir sollten noch kurz sagen, wir haben auch gesagt, die Wahlbeteiligung steigt. Können wir das nochmal kurz nachschauen? Ja. Und, äh, tatsächlich, du hast gesagt, Armin Laschet, erster Rücktritt-Parteivorsitzender, ich, Armin Laschet, Rücktritt als Ministerpräsident. Wahlbeteiligung? Guck ich mal kurz. Äh, genau. Die Wahlbeteiligung ist um 0,4 Prozent von 76,2 auf 76,6 Prozent gestiegen. So, haben wir auch da wieder recht behalten. Ja, jetzt ist eh alles durcheinander. Äh, der Connecting Europe Express, ähm, äh, der fuhr und, äh, dann hieß es, am Abend vorher gab es dann eine E-Mail, dass mich das Bundesverkehrsministerium und für die digitale Infrastruktur herzlich einlädt zu einem Gala-Dinner im Bundesverkehrsministerium selbst. Also, das Setting war, in diesem, äh, Zug sind Leute mitgefahren, die da was mit, irgendwas mit zu tun haben, mit Zug. Kommissions, äh, Kommissionsleute, äh, Presse, Bahn-Nerds, ähm, Vertreter der Zivilgesellschaft, da war, war schon ein Wunderkopf. Verbände. Verbände, genau. Alles, was er mit zu tun hat. Genau. Der Zug selber fuhre dann noch nach Halle und da ist dann, gab es so eine Demonstration von DB Cargo und dann sind da, also quasi von, von Halle nach Berlin sind mitgefahren, zwei Staatssekretäre, die Chefin von DB Cargo und die saßen dann halt in diesem Panorama und haben die ganze Zeit dummes Zeug gelabert und die haben irgendwann gesagt, so, ähm, egal, ist nicht so wichtig. Ja, du bist dann nach, dann bist du, dann bist du nach Hause gegangen, um dir ein Hemd anzuziehen. Na, stopp, stopp, genau, wir kamen in, in, in Südkreuz an, großer Empfang, der Scheuer hat noch einen alten Museumszug aus Koblenz ankarren lassen, den alten, äh, TEE, also Trans-Europe-Express, und hat eine große, der bald ausgestellt wird übrigens, im, hier, äh, Technikmuseum, für drei Wochen, äh, ist sonst im, äh, DB Museum Koblenz. Und der ist jetzt halt in, ähm, ab, ich glaube, ab heute, glaube ich, ja, ab heute ist er da, genau. Genau. Und dann gab's da Empfang und dann von da aus, und im Zug wurde schon durchgesagt nochmal, dann kam eine Durchsage, äh, glaube ich, sonst ist mit dem Ansatz, wollen Sie noch unser gastronomisches Angebot hinweisen, Bundesminister Andreas Scheuer lädt sie heute ein, und das ist ein sehr, sehr guter, sehr guter Witz, äh, den fand ich, also, ich habe ihn leider nicht aufnehmen können, ich war, in dem Moment war ich, äh, äh, woanders, ähm, und dann, ja, bin ich nach Hause gefahren, hab mir tatsächlich, ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Ein Hemd war, glaube ich, schon ganz okay. Genau, ich hab, ich hatte, ich hatte erst, ich hab noch so ein Jackett in der, äh, im Schrank, hab's, nee, hab's reingeholt, rausgeholt, hab's angezogen, äh, nee, ausgezogen direkt wieder, hab dann ein Hemd, was ich noch nie getragen habe, was ich mir gekauft habe, da noch nicht reingepasst habe. Sah aber gut, sah gut aus. Genau, ich fand's, ich sah's, mir hat's gefallen, deswegen hab's gekauft damals, es war aber C und A reduziert auf 10 Euro, und das war so, ja, das ist fast, das ist, aber sich beschweren, wenn ich irgendwie umsonst Kugelschreiber zugeschickt bekommen möchte. So, weiter im Text. Äh, das hab ich angezogen, bin dann rübergefahren, äh, Beginn, in der Einladung stand, das soll um 19.30 Uhr sein. Ja. Ja, also, weil ich da um 19.15 Uhr deinte, das soll so eine Viertelstunde vorher da sein, das macht ja Sinn. Genau, man muss da ja auch rein, dann wollen die den Ausweis sehen und sagen, 2G sogar, das ist wohl nochmal Impfgecheckt. Deswegen sind sie denn hier, ach, stehen sie da auf der Liste, ja, super, schön, hier ist ihr Besucherausweis. Sogar Drobe. Hast du auch so ein Besucherkätchen bekommen? Nein. Hast du die ganze Zeit anstecken musstest? Nein. Ach, was ist das denn für ein Ministerium? Na, du, die Wege waren gar nicht so weit, du bist halt reingekommen, da war dann der Anmeldetisch und du ein bisschen durchgegangen warst, direkt in dieser großen, großen Saal. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Verkehrsministerium? Ja, da war ich mal in der Kantine. So. Du gehst in diesen Saal und dann läufst du ein bisschen weiter geradeaus und auf der rechten Seite kann man sich ja was zu essen kaufen, aber das ist wahrscheinlich da der Kantinensaal gewesen. Das kann gut sein, ja. Wenn sie hübsch gemacht haben. Richtig. Und dann bin ich da rein und stellte in Sätzen fest, dass da nur zwei andere waren. Nämlich Andreas Scheuer? Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Das waren zwei andere. Okay. Ja gut, dann schelle ich mich mal hinten an den Stehtisch und fange einfach dumm rum zu twittern. Ja. Immerhin bin ich reingekommen, weil das war ich auch eine ganze Zeit unsicher, ob das wirklich ... Sorry. Ich bin ein oller Hampelmann. Warum legt man nämlich ins Verkehrsministerium zum Essen ein? Keine Ahnung, weil Andi Scheuer desperate ist. So, ja, das ist das Problem gewesen. Nämlich, es war dann irgendwann 1930 und es waren dann irgendwie nur zehn Leute da. Und es war dann, dann kam auch dann der Bulk an Promis und Andreas Scheuer rein und es waren dann 15 Leute. Ja, das war dann so 19.40 Uhr. Es wurden dann schon mal Getränke verteilt. Es füllte sich dann ein bisschen mehr, aber am Ende waren es vielleicht 50 Gäste für Platz für 100. Okay. Ich hatte mich erst so einen Tisch ganz am Ende rausgesucht, damit ich abseits sitze. Ja. Ich stellte aber fest, vor mir waren noch zwei Reihen mit komplett leeren Tischen. Ich rück mal auf. Ja. So. Hab das getan und dann kam jemand zu mir und war so, ist der noch frei? Und so, ja, ja, gerne. Und dann kamen noch zwei weitere, die so ein bisschen verloren waren, weil sie irgendwie keinen Anschluss fanden. Und dann war es halt so der Tisch der Verlorenen. Ja. Äh, aber total netter Abend war halt, war eine Verbandspräsidentin dabei, ein Pressesprecher, ähm, nee, zwei Pressesprecher sogar, zwei Pressesprecherinnen und eine Verbandspräsidentin. Und wir hatten einen netten Abend, wir haben da irgendwie, äh, auf Steuerkostenzahler, äh, gegessen und gesoffen. Gesoffen ist natürlich. Und das ist mit Sicherheit, aber nicht aus dem Bundeshaushalt, beziehungsweise ist es aus dem Bundeshaushalt gefahren, aber mit Sicherheit gibt es da von, äh, Kommission wird ja wahrscheinlich die Generaldirektion für Verkehr und Transport, wie die heißt, DG MOVE, wird es wahrscheinlich sein. Und die haben bestimmt noch entweder aus dem 2020er mehrjährigen Finanzrahmen oder jetzt schon aus dem 21, äh, 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 oder aus dem 27er, eins von beiden, werden die bestimmt so ein, so ein Programm haben, das nennt sich irgendwie MOVE 2020 oder so. Und da kann man das bestimmt abrechnen. Aber sowas von sicher, dass die das bei der Kommission eingereicht haben. Ich weiß es nicht, falls wir, falls wir irgendwie Zuhörende da im Verkehrsministerium haben und damit betraut sind oder mal nachfragen können, das würde mich interessieren. Ich glaube, da ist sehr, sehr wenig deutsches Steuergeld reingeflossen. Soll ich eine Informationsfreiheitsanfrage stellen? Boah, pfff. Zur Not kann man das machen, aber ich würde lieber, möchte ich, ähm. Insider-Infos. Insider-Infos, ganz genau. Ja, nee, ähm, war am Ende, es gab noch eine semi-witzige Rede, also er versucht semi-witzig zu sein, ähm, und dann gab's Essen. Essenstechnisch, äh, war das gar nicht, also das, was die anderen Leute auf den Tellern haben, sah gut aus tatsächlich. Das ist einfach gutes Essen gewesen. Ähm, auf der Karte gab es auch vegane Optionen, es war ein bisschen verwirrend, weil scheinbar war das tatsächlich eine, also die Karte war nicht so auf dem Motto, du kannst auswählen zwischen den beiden Sachen, sondern tatsächlich eine Rabfolge. Das heißt, als ich das mitbekommen habe, dass das Vegane, also jetzt, weiß ich, wo jetzt der Main-Course käme, also der Hauptgang, das Vegane war schon weg, weil es ja war eins ins Feuer. Ah. Das war ein Buffet, man muss sagen, das ist ganz schwierig. Okay, alles klar. Aber die, die Mitarbeiterinnen waren sehr herzlich, sie haben sich nochmal, haben nochmal in die Küche gegangen, haben einen Teller besorgt und haben, das heißt, ich hab alles, ich war letztens, ich hab einen netten Aubergine-Auflauf. Ah, cool. Äh, ich hatte viel Gemüse, äh, auch sehr lecker gemachtes Gemüse tatsächlich und war sehr happy. Ja, schön. Ja, kann man dann nur immer wieder die, die Swans in Pyramid of Greatness, äh, zitieren. Äh, Buffets. Whenever available, choose quantity over quality. Genau. Da, äh, das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an, äh, als ich in Allershof gearbeitet habe und da gab es, gibt es da so einen asiatischen, äh, Buffet-Laden, Mr. Wong oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, hat der Arbeitgeber mir zwei Euro Rabatt eingereicht, äh, so. Und dann kostet der Teller, also der Buffet-Teller statt neun sieben Euro. Und was heißt Buffet-Teller? Dann, du kriegst einen Teller und so viel wie drauf passt, ist im Preis. Und man entwickelt sehr schnell eine kluge Stapel-Technik. Jaja, ich kenn das noch aus Göttingen, aus der Mensa, an der Uni, da gab es, irgendwann wurde da, als die wurde ja umgebaut, die Mensa. Kennst du die alte Mensa noch? Nee, ich war tatsächlich nie in Göttingen in der Mensa. Ach, du kennst auch die neue nicht? Nee. Okay, also früher war das, als ich da angefangen habe, also früher, 2007, als ich angefangen habe zu studieren, da war das noch so, dass man sich unten in der Mensa, äh, musste man sich so Wert machen. Ist der Wu, heißt der Laden. Dann musste man sich Wert machen kaufen. Dann schon vorsortiert für Eintopf oder Stammessen 1, Stammessen 2. Nur Wahlessen musste man selber oben bezahlen, da hat man sich so richtig Wertmarken geholt. Ja. Und ist dann damit die Treppen hochgelaufen und musste sich an der richtigen Schlange ansteigen. Und dann stand man da und dann war da die Küche, konnte man so ein bisschen offen einsehen und dann kamen da so Tabletts auf so Lieferbändern. Hier, wie heißt das auf Deutsch? Lieferband? Nee. So Förderbänder. Förderbänder, genau, Förderband. Und, äh, kam das angerollt und man gab dann der Person, die da stand, eben die Wertmarke in die Hand, konnte sich das Tablett mitnehmen und dann ist man abgezischt. Ah, okay. Sehr effizient, ehrlich gesagt. Sehr effizient, hat man aber geändert, weil das muss ja alles moderner sein und frischer und mit Salatbar und so. Und dann gab es irgendwann viele kleine Stände, wo man sich Essen holen konnte, gab es irgendwie noch so eine Wokstation, haben die hingebaut und Stamm 1, Stamm 2 und Wahl gab es immer noch. Es gab immer das Dauerangebot Currywurst und so, Eintopf gab es auch zum Selbernehmen und dann ist man mit dem, was man sich dann von irgendwo geholt hat, ist man dann zur Kasse und hat bezahlt. Auch das ging einigermaßen. Und da haben die dann im Zuge des Umbaus eine, das nannte sich übrigens dann Free-Flow-Area, so haben sie das genannt. Und dann gab es eine Pizza, nee Quatsch, eine Pasta und Auflaufstation. Ja. Und da gab es immer verschiedene Spaghetti-Zeug oder was und es gab immer Kartoffelgratin. Ja. Und das waren so halt diese langen Metallchargen. Ja, diese Gastrobehälter. Genau, wo das immer reingemacht wurde und dann wurde, wenn Neues reingetan wurde, wurde das immer so abgesteckt, schon in einzelne Sektionen, die man sich so rausnehmen konnte. Also so zweimal durchgefahren und dann haben, also das hatte man irgendwie so drei Bahnen mit, keine Ahnung, sechs oder acht einzelnen kleinen Quadraten an Auflauf. Und die Gratin, das konnte man natürlich dann, das konnte man dann auch stapeln. Ja. Also das konnte man wirklich zu einem Haufen stapeln. Und das kostete halt 1,80 der Teller. Sehr gut. Und das konnte man stapeln. Ich habe mich halt nie getraut, da so viel drauf zu stapeln, aber manche sind da halt komplett gewissenlos. Und ich würde dich halt auch eher in diese gewissenlose Ecke einsortieren, auf jeden Fall. Ja. Du musst dir vorstellen, also der Trick ist, du hast einen großen Teller. Das heißt, und dieser Teller hat ja oft so einen vorgegebenen Rand. Das ist grundsätzlich nur eine Empfehlung für einen Rand. Ja, ich verstehe. Du kannst bis zum Rand füllen. Ja. Und dann machst du erstmal so eine 1 cm breite Reisschicht, die einfach als Basis dient. Und dann fängst du an, das Zeug zu stapeln. Und zwar von außen nach innen, dass du quasi immer so eine kleine Schüssel dir baust. Und das flüssige oder das volatile Zeug halt in die Mitte packen kannst, damit es nicht abläuft. Und am Ende hast du das dekoriert. Die hatten auch so eine kleine Sushi-Sektion in diesem Laden. Und das heißt, du hast dann so getoppt mit so Sushi-Zeug. Gott. Und danach hast du dich schlecht gefühlt, weil du richtig Bauchschmerzen hattest. Aber du hast dich glücklich gefühlt mit Bauchschmerzen. Weil du für sieben Euro richtig viel Essen bekommen hast. Kann man. Reste mitnehmen geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Schade. Ach, schade. Wollen wir mal, ich war mal, das ist schon ewig. Ich war lange nicht mehr in so einem asiatischen Buffet-Restand. Ich war lange nicht mehr bei so einem Buffet generell. Auch so all you can eat. Das ist ja ein bisschen, über letzten Jahre ist es ein bisschen in Verruf geraten. Denn, wo ich mal gerne wieder hin würde, ist zum Pizza Hut all you can eat. Ich war da noch nie. Das habe ich mal in Brüssel gemacht. Ui. Das ist aber jetzt echt schon ewig her. Über 15 Jahre. Das war gut. Ja, glaube ich. Das war wirklich gut. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Ja, also sorry. Wie gesagt, man muss halt so. Es ist halt betriebswirtschaftlich einkalkuliert. Dass es Leute gibt, die sich schämen, da etwas größer zu nehmen. Und es gibt aber Leute, die... Ja, ich sehe schon, du hast das System verstanden und ich nicht. Ich bin ein komplettes Systemopfer. Ja, also viel mehr haben wir gar nicht zu sagen heute. Es bleibt nur noch eine Sache über. Wir müssen ein bisschen... Wir haben Zeitdruck. Aber wir müssen auch nicht jede Woche... Wir machen jetzt jede Woche ja Sendung. Da müssen wir nicht jede Woche so lange... Das kann ja auch keiner hören. Richtig. Die Leute fahren ja auch nicht mehr zur Arbeit. Ja. Hörst du noch Podcasts? Nein. Ich habe nie Podcasts gehört. Ja. Und jetzt höre ich noch weniger. Richtig. Ja, bleibt nur noch eins, Dennis. Kommen wir also wieder zur beliebten Rubrik NDR 1 Niedersachsen mit Michael Thurnow im Anycast. Renke, was ist denn die Anycast-Aktie der Woche? Die Anycast-Aktie in der Woche ist Analy Capital Management. Analy Capital Management für ca. 7,30 Euro zu haben. Ja, eine bisher unentdeckte Aktie. Was meldet das Anycast-Cancelbarometer? Das Anycast-Cancelbarometer meldet Luke, die unbestimmte Zeit und ich. Und zum Schluss der wichtigste Teil in dieser Sektion, was ist denn die Anycast-Euro-Jackpot-Vorsage? Was sind die Zahlen? 4, 8, 15, 16, 23. Und die Euro-Zahlen sind 4, 2. Das war... NDR 1 Niedersachsen Mit Michael Thurnow Im Anycast Haben wir schon wieder eine Woche geschafft? Ja! Wollen wir verraten, was wir jetzt machen? Äh, ja, es ist glaube ich schon logisch, dass wir das hier nicht live machen, die ganze Zeit für euch. Manchmal schon. Manchmal schon. Also ich würde sagen, so jede zweite Woche. Ja. Zumindest ist es nicht krass weit vor aufgezeichnet. Ne, das stimmt. Ist aber nie. Das stimmt. Nein, das ist sowieso, weiß ich nicht, das machen wir dann nie. Das ist normal. Das ist so normal, wie es im Fernsehen halt so ist. Ja, wie Harald Schmidt, der irgendwie so 30 Folgen mal an einem Tag aufnimmt und dann den Rest in Südkaribig abgehauen ist. Ich glaube, Harald Schmidt ist der noch am Leben eigentlich? Gibt's den? Ja, ja. Den gibt's noch, ne? Ja, ja. Dachte der wäre. Aber das habe ich glaube ich verwechselt. Noch nicht. Noch nicht. Nee, wir gehen zum Fußball. Ja. Wir fahren ins städtische Olympiastadion. Das ist in Westdeutschland. Genau. Und da müssen wir jetzt hinfahren. Bis nach Charlottenburg. Was heißt denn, was da fahren wir da noch hin? Also erstmal gehen wir noch essen, die Bändchen holen. Genau. Und dann geht's zum Spiel. Und dann gucken wir uns Union gegen Haifa an. Genau. Wir haben nämlich ja wieder Bock auf so einen schönen Fußballtag. Ja. So wie man das früher gemacht hat, als man auch unter Menschen gegangen ist. Und wenn ihr euch für Fußball interessiert und ihr euch ein bisschen dafür interessiert, wie generell so gerade die Bestimmungen sind, dafür zumindest im Land Berlin. 2G, 3G, was gibt's für Möglichkeiten, was nicht. Ich hab jetzt 5G immer am neuen iPhone. Nein. Echt? Geil. Und du hast ja auch schon die Chip-Impfung, ne? Richtig. Wahnsinn. Da kannst du ja auch tethern. Richtig. Und brauchst sogar kein... Gut. Kabel. Dann dürft ihr gerne die letzte Folge vom Textilvergehen-Podcast hören. Ein Podcast, der, falls ihr den nicht kennt, sich rund um den 1. FC Union Berlin dreht. Von sehr vielen geschätzten Freundinnen und Freunden in Berlin-Pankow mit sehr viel Liebe produziert. Auch mit Außenstellen mittlerweile ist ja Corona, man geht ja nicht mehr zueinander hin. Da war ich zu Gast. Nicht zum ersten Mal, aber mal wieder. Da warst du auch schon, ne? Es gibt eine Folge, die kann ich nicht empfehlen, weil ich ja keine Ahnung von Fußball habe. Ich auch nicht. Aber ich hab's tatsächlich geschafft, eine Sendung lang mich nicht mit irgendwelchen Metaphern und irgendwelchen sinnenlehrten Fußballsprüchen durchzuhangeln, ohne dass es auffällt, dass ich in Wahrheit komplett ahnungslos bin. Sehr gut. Und ich glaube, es ist mir auch gelungen. Ja, mir ist es nicht gelungen, das macht aber nichts. Aber wir haben halt dieses Thema der Infektionsschutzverordnung besprochen, ein bisschen länger. Und die Frage, was da so möglich ist. Und wir gehen tatsächlich einmal durch die Verordnung. Also wer sich auch ein bisschen dafür interessiert, sich mal damit genau auseinanderzusetzen, was sind da so, was müssen Veranstalter beachten oder welche, wie kann man sowas auslegen und so ein bisschen Grundkurs, ja, Jura-Verordnungsauslegung haben wir da gemacht. Wird verlinkt. Folge Nummer 476 übrigens. Da haben wir ein bisschen noch was hin. Verdacht auf Poltersyndrom. Sehr gut. Heißt die. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank und verabschieden wir uns bis nächste Woche. Adieu. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020